Milo Quesada war ein argentinischer Schauspieler. Leben Quesada begann in seiner Heimat Argentinien unter seinem Realnamen mit der Schauspielerei, nahm aber recht schnell den Bühnennamen Milo Quesada an. Seine erste Filmrolle erhielt er 1954 in Crisol de Ombres. In den späten 1950er Jahren ging er nach Spanien und fand in der dort aufblühenden Filmindustrie viele Angebote als Charakterdarsteller, die er bis Mitte der 1970er Jahre wahrnahm. 1994 spielte er noch im Fernsehfilm La Muayadetu wieder 2. Seine Werkliste umfasst nahezu 50 Filme. Filmografie 1954 Crisol de Ombres 1965 Durchs wilde Kurdistan 1967 Ein Stoßgebet für drei Kanonen 1967 Tötet Django 1969 Der Hexentöter von Blackmore 1971 Captain Apache 46 85 67 75 62 68 66 79